. . . . . Okay, die System-FORE-Check 10 ist. Wir müssen die Formation halten und damit anfangen, das Auto auf Betriebstemperatur zu legen. Raste die Reifen und die Bretten. Schließlich sollen sie am Ende der Runde warm sein. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, alles klar! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020